Fernando Alonso, Formel 1-Star gibt Trennung Andrea Schlager bekannt. Die Beziehung von Formel 1-Rennfahrer Fernando Alonso, 41, und Andrea Schlager, 40, ist nach einem Jahr Beziehung aus und vorbei. Das geben der erste spanische Grand Prix-Sieger sowie Weltmeister und die österreichische TV-Moderatorin in einem gemeinsamen Statement am Sonntag, 2. April 2023, via Instagram bekannt. Wir wollten euch sagen, dass unsere Beziehung als Paar zu Ende ist, mit diesen Worten beginnen Fernando und Andrea ihr gemeinsames, versöhnlich klingendes Trennungsstatement. Darin betont das Ex-Paar, dass es Glück gehabt habe, gemeinsam eine fantastische Zeit verbracht zu haben und betont, dass es auch weiterhin so bleiben, werde, aber in einer anderen Form. Die Sportjournalistin und der Profisportler arbeiteten auf und neben der Strecke gemeinsam an verschiedenen Projekten. Das wollen sie auch weiterhin tun, mit tiefer Liebe und vollem Respekt füreinander. Abschließend heißt es, wir fanden es angemessen, das mit euch zu teilen, weil ihr uns alle so unterstützt habt. Danke dafür. Anführungszeichen. Nach ersten Liebesgerüchten bestätigte Fernando Alonso seine Beziehung mit Andrea Schlager so, wie er sie auch beendete, mit einem Schnappschuss auf Instagram. Darauf war die Servus-TV-Moderatorin reitend auf einem Pferd zu sehen, ihr Hobby. Alonso schrieb, kraftvolle Schönheit. Der Formel-1-Profi will einfach kein Glück in der Liebe haben, war bereits einmal verheiratet. 2006 gab er der spanischen Sängerin Raquel Del Rosario, 40, das Jahrwort. Ihre Ehe hielt bis 2011. Von 2012 bis 2014 war er mit dem russischen Model Das H. Kapustina, 33, Liiret und kurz vor der Beziehung mit Andrea von 2016 bis 2021 mit dem italienischen Model Linda Morselli, 34. Verwendete Quelle, Instagram.com